Ich verführe Sie gnadenlos und rezeptfrei zur kollektiven Lachfaltenbildung. Und das generationsübergreifend, fast ohne Zuzahlung, aber ohne Nebenwirkungen. Wo gibt's das noch? Also, bleiben Sie schön gesund. Ich hoffe, wir sehen uns mal persönlich. Und mich brauchen Sie keine Sorgen machen. Ich habe ein Immunsystem wie eine Kanalrotte. Brauchen wir auch in meinem Beruf. Also dann bis später, liebe Freunde. I love you dermaßen. Das ist mir aber gut, ja. Mit dem Video zeug ich, da wird die Arbeit auch nicht gemacht. Ich muss noch zurück rüber. Und dann wird noch alles.